So und einen noch. Die kriegen wir jetzt auch noch kaputt. Haben wir überhaupt eine andere Waffe? Nein, okay. Okay, wir haben die Radare, Radare, die SEMS klar gemacht. Alles klar, jetzt müssen wir, Moment, müssen wir scheinbar was markieren mit dem Laser oder so. Oh, cool. Cool. Ah, okay. Wir müssen einfach nur draufhalten, dann wird es zerstört. So, na los. Mach es kaputt, mach es kaputt. Na los, mach es kaputt, mach es kaputt. Oh. Ist da noch was? Nee, wir müssen erstmal die Flugzeuge zerstören. Oh, das sind auch jede Menge Helis. Cool. Eins, zwei, drei. Bam. Gute Zeitenmessung. So, und jetzt den da noch und dann haben wir es, glaube ich. Coole Sache. Ich mag diese Mission im Jet. Die sind cool. So. Haupttreibstofflager? Nice. Was haben wir denn da? Shark 46, da kommen Flugzeuge aus den Schutzbunkern. Sie wollen abheben. Over. 4-6 verstanden. Hawkins, kommentiere dich an den drei Bunkern, die hier war vom Hauptterminal. So, es ist zwar rot und markiere sich für 2.22 mit dem Laser. Ey, wo kommt denn da was raus? Ich sehe da noch nichts. Alter. Oh, was? Oh, 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 oh. Alter. Nice. So, da unten haben wir noch einen. So, haben wir noch irgendwo einen? Ich sehe keinen. Oh, das war's schon. Sehr gut. So, dann hätten wir die auch mal erledigt. What's next? Oh. Ja, ist kein Problem für mich. Reaper 1, Heavy 212. Achtung, ein einzelnes Flugzeug nähert sich mit geringer Geschwindigkeit von Süden. Höhe 502. Könnt ihr sehen? Verstanden, das ist ein Helikopter. Scheiß unterwegs zu den Fahrzeugen. Verstanden. Ihr habt 4-6 auf Station. 4-6, hier in Reaper 1. Sie müssen aussteigen, damit wir wissen, ob es unser Ziel ist. Halten euch angriffsbereit. Verstanden. Bulldog 33. Wir markieren per Laser Verdauerschuss. Verstanden? Haben verstanden. Wir kommen jetzt zu euch. Definitiv PLA. Ihr habt Angriffsfreigabe. Wiederholen. Angriffsfreigabe. Okay, wir müssen sie kaputt machen. 3-3 ist in Bereitschaft. 3. Oh, ey. A10 Thunderboot. Coole Sache. So, bam. Haben wir die erledigt. So. Ist ja geil. Verstanden. Wo denn? Oh. Roger. 3 Sekunden. Brrrr. Tot. Schon lebt da keiner mehr so schnell. Los, 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 los. Können wir eigentlich auch? Nee, können wir nicht. Oh. Schade. Ich wollte ja eigentlich auch noch erledigen, die da sind. Ich hätte mir wenigstens alle erwischt. So, wir sind auf dem Rückweg. 040. Achtet auf Verkehr, wenn es anfängt nass zu werden. 212 out. Achtet auf Verkehr, wenn es anfängt nass zu werden beim Fliegen? Okay, äh, merkwürdig. Shark 4, 6, ihr nährt euch dem Gleitweg. Seid etwas ab. Kurskorrektur auf 3 Meilen. Shark 4, 6, 2 Meilen ab. Haken wir raus. Shark 4, 6, Haken ist raus. Sieht gut aus. Shark 4, 6, auf Gleitweg. Habt grünes Licht. Ich sehe das Licht. Ja, grünes Licht sehe ich. Ja, wir sind erfolgreich gelandet. So, hallo, was kommt jetzt? Speichert und lädt wieder gleichzeitig. Mission, Operation, Guillotine. Wenn du eine echte Herausforderung suchst, solltest du auf schwierig spielen und die Zielhilfe ausschalten. Ähm, nee. Nee, nee, nee. Für das LP vielleicht lieber nicht, weil, ja, ich wollte jetzt nicht am laufenden Band krepieren. Äh, ja, okay, die Spiele von heute, so Battlefield und so, sind meistens nicht so schwer. Aber gut. Al-Baschir war überhaupt nicht dort, deshalb sind Sie hingegangen. Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran untergetaucht. Verstehe. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren Sie der Ansicht, es gab keine Verbindung zwischen Al-Baschir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sah ich Solomon. Ich würde Sie gern was fragen. Al-Baschir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn dort lassen sollen. Das waren Ihre Worte. Nein. Wessen sonst? Keine Ahnung. Und Sie haben auch keine Ahnung, wie Ihren befehlshabenden Offizierschoss. Lecken Sie mich. Vergessen wir nicht den Zweck unseres kleinen Treffens. Das ist keine Verhandlung. Sie sind schuldig und ich weiß, wie Ihre Geschichte endet. Wir sind nicht hier, um es aus ihm rauszuprügeln. Lass ihn. Unsere Anweisungen bezüglich seiner Behandlung sind völlig unmissverständlich. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen. Und zwar streng nach Forschung. Na schön. Erzählen Sie uns, wie Sie die Bombe in Teheran fanden. Kein Problem. So. Es lädt. Laden, 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 Laden. Laden. Und speichern. Hallo, jetzt mach doch mal hin, Junge. Bäh. Ich mag keine Ladezeiten, falls es noch keiner gemerkt hat. Oh, cool. Ganz schön große Stadt. Allerdings, noch keine Waffenlaster. Ne. Die Mühlen des Schicksals malen langsam. Alter, wo sind wir denn hier? Teheran, ne? Misfit, hier Haymaker. Ich höre. Misfit, Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich als ergebnislos. Allerdings, um 0300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Garrisons Regiment die Jaffierbrücke eingenommen. Dadurch sind Misfit und Haymaker in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu erobern. Euer erstes Einsatzziel ist der Kurschir-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Halte euch bereit, auszusteigen. Verstanden. Wir sind doch nicht so eingestiegen. Oder wissen wir es noch? Leute? Ist das Montes? Jo, mach ich. So, auf geht's. Wir müssen jetzt hier vorwärts rennen. Was haben wir denn noch dabei? Nur den Mörder, okay. Nimm die Steinmauer unter der Überschrift. Oh, scheiße. Montes ist es tatsächlich. Sehr gut. Ach du Scheiße. Wir haben hier auch hart von den Mörsern getroffen. Oh, der. Da ist schon wieder einer unserer Kameraden gestorben. Los, Leute. Los. Ich will euch nicht alle tot vom Schlachtfeld zurückkehren sehen. Komm, weiter, 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 weiter. Ach du Scheiße. Jetzt sind wir gleich durch. Komm schon. Sehr gut. Wir sind unter der Brücke. Da erwischen wir uns schon mal nicht damit. So, Mörser wird aufgestellt. So, alles passt. Feuer. So, das war eine schöne Lichtgranate. Oh. Coole Sache. Wir haben hier die, äh... Was ist die? Die Dingens? Das ist die G3A3. Glaube ich. Oh. Nice. Shit. Was haben wir noch so dabei? Also das, das, das. Alles klar. Das müssen wir jetzt bestimmt hier hin. Hallo? Achso. Das sehe ich schon. Oh. Wieso komme ich da nicht rüber jetzt? Was soll ich denn machen?